Herzlich willkommen zu einem neuen Videotutorium. Es geht um die Arbeit mit der interaktiven Tafel in Verbindung mit der Website Miro.com. Das ist eine interaktive Tafelsoftware, die ich für ganz, ganz viele Bereiche, nicht nur die Schule einsetzen kann. Und das Beste für Schule, für Lehrer, ist diese Internetseite kostenlos. Man muss das kurz beim Registrieren beantragen und dann werden einem alle Funktionen freigeschaltet und man kann die wunderbar für den Unterricht nutzen. Ich habe hier ein Unterrichtsbeispiel vorbereitet und zwar sieht man hier auf meinem mittleren Board verschiedene Rhythmussilben. Es geht darum, die Schüler an das Schreiben und Lesen von Noten heranzuführen, hier in Verbindung mit gesprochenen Silben. Das bedeutet, über das Sprechen von Notenwerten erfahren die Schüler, wie lang die Dauer einer Note sein kann. Und indem ich dann zum Beispiel sage, Ta, ja, ist eine halbe Note oder Ta, Ta sind zwei Viertel oder Titi sind zwei Achtel und so weiter, lerne ich im Prinzip die Dauer der einzelnen Töne und kann, indem ich mir die jetzt hier zum Beispiel zu einem Rhythmus anordne, kann ich das dann das Ganze trainieren. Dann bin ich hier zum Beispiel mal diese Gruppe und ich sage, ich gestalte mir jetzt mal einen Rhythmus. Ich nehme mir jetzt also mal so eine Silbe oder so einen Rhythmusbaustein heraus und kombiniere das hier mit zwei Vierteln und dann nämlich nochmal zwei Viertel. Das muss ja jetzt auch zu Beginn kein komplizierter Rhythmus sein und dann schließe das Ganze hier ab und dann kann ich diesen Rhythmus erst einmal sprechen, so wie er da steht. Dann begleite ich das Sprechen, indem ich zum Beispiel auf einfachen Instrumenten den Rhythmus mitspiele oder mit Körperinstrumenten und am Schluss spiele ich dann nur noch den Rhythmus und lasse die Aussprache weg und kann dann natürlich hier mit weiteren Bausteinen hier unten drunter dann mir weitere Rhythmen kreieren, die ich dann mit meiner Gruppe spiele und mir neu zusammenstelle. Und ja, man hat ja so viel Platz, dass dann auch alle Mitglieder einer Gruppe hier ihren Rhythmus platzieren können. Das Ganze funktioniert auch sehr gut auf dem iPad. Dazu könnte ich zum Beispiel dieses Board jetzt hier teilen. Ich gehe auf Share und gehe dann hier auf Anyone with a link can edit. Man kann ja auch dieses Board freigeben nur zum Gucken oder zum Kommentieren. Aber ich gehe auf Edit, dass die Schüler auch damit arbeiten können. Dann kopiere ich das Ganze. Ja, aber ich könnte einen QR-Code generieren, dass die Schüler mit ihren iPads dann einfach auf dieses Board zugreifen können. Und dann bekommt jede Gruppe die eigene Farbe und hat dann die Möglichkeit, sich so ein Klebezettelchen hier zu gestalten. So, und das Ganze möchte ich jetzt einmal selbst erstellen. Ich gehe mal auf die Miro-Startseite und habe hier ganz, ganz viele verschiedene Vorlagen. Ich starte mal hier mit einem neuen Board. Hier werden mir, wie gesagt, hier nochmal verschiedene Beispiele vorgeschlagen, Templates vorgeschlagen. Die nutze ich aber nicht. Und dann habe ich hier das leere Board. Das bekommt jetzt erstmal einen Titel. Das nenne ich jetzt einfach mal Silben. Zack, fertig. Dann kann ich mir hier noch ein Gitter einblenden. Das ist eigentlich auch immer standardmäßig eingeblendet. Ich habe mir mit GoodNotes diese Rhythmus-Bausteine gezeichnet und hier dann auf dem Desktop abgelegt. Die ziehe ich jetzt einfach hier in Miro hinein und dann werden sie auch schön nebeneinander angeordnet. Und ich brauche natürlich nicht nur von jedem Baustein eins, sondern mehrere. Und dann kann ich einfach mit der Funktion Copy und Paste mir hier Kopien erstellen. Und die platziere ich jetzt einfach hier unten drunter. Man sieht an diesen kleinen Linien, die entstehen, wenn ich das Ganze bewege, dass Miro mir auch anzeigt, wann die genau untereinander stehen. Und das Ganze sieht dann auch sehr sorgfältig aus. Und ich kann auch zum Beispiel hier den Abstand nach oben dann auch nochmal genau definieren, so dass ich hier also wirklich ein ganz tolles Raster bekomme. So, und das mache ich jetzt einfach ein paar Mal. So, das reicht jetzt erstmal. Ich kann natürlich auch hier alle kopieren. Und dann geht das Kopieren natürlich noch viel schneller. So, okay. Jetzt brauche ich die Arbeitsflächen, damit die Schüler damit arbeiten können. Und da habe ich mich jetzt mal für diese kleinen Klebezettelchen entschieden, die man ja auch so aus der Seminararbeit kennt. Ich nehme jetzt einfach mal diesen hier. und dieser Klebezettel, der kann unterschiedliche Größen haben, je nachdem. Der ist eigentlich dazu gedacht, hier etwas hineinzuschreiben. Aber ich benutze ihn jetzt einfach nur, weil es schön aussieht. Den kann ich jetzt hier in der Größe anpassen. So groß soll der sein, damit ich auf jeden Fall vier nebeneinander bekomme. Den platziere ich jetzt einfach mal hier. So, okay. Dann soll das noch eine Überschrift bekommen. Ich nenne den jetzt mal einfach Gruppe 1. Gruppe 1. Wenn mir die Schriftart nicht gefällt, kann ich hier natürlich aus ganz, ganz vielen verschiedenen Schriftarten wählen. Die hatte ich mir schon im Vorfeld ausgesucht. Die gefällt mir ganz gut. Und hier kann ich dann auch entsprechend die Größe einstellen, sodass das ganze Ding auch vernünftig hier aussieht. Dann platziere ich das einfach mittig auf meinem Klebezettel. Und das war's. So, jetzt probiere ich das mal aus. Ich nehme mal so ein kleines Klebezettelchen. Klebezettelchen und dann sehe ich, oh, das Ganze verschwindet hinter meinem Klebezettel. Das möchte ich natürlich nicht. Das liegt einfach daran, dass ich zuerst diese Zettelchen, diese Bausteine erstellt hat. Und in Nachhinein habe ich diese Klebezettel oben drauf gelegt. Und das ist dann wie bei einem Papierstapel. Es gibt Dinge, die liegen unten und andere liegen oben. Wenn ich möchte, dass das als Hintergrund dient, markiere ich mir das Ganze. Rechte Maustaste und gehe auf Send to Back. Dann wird das Ganze eine Ebene nach hinten platziert. Und jetzt kann ich hier meine anderen Bausteine oben drauf legen. So, das lasse ich so. Was ich jetzt noch mache, damit die Schrift nicht stehen bleibt, wenn ich den Klebezettel verschiebe, markiere ich beides. Und dann gibt es hier so einen Button, Group Objects. Das heißt, die werden jetzt miteinander verbunden. Und jetzt kann ich beides immer verschieben. Und das Letzte, was ich tue, das ist hier das Schloss anklicken, Lock. Das bedeutet, wenn die Schüler hier also draufklicken, dann bleibt dieser Klebezettel immer an dieser Position. Ich kann jetzt machen, was ich will. Der lässt sich jetzt nicht mehr verschieben. Und wenn ich jetzt hier auch noch auf diesen Button klicke, dann bedeutet das, dass nur ich diesen Verschluss sozusagen rückgängig machen kann. Also jeder, der den Link zu diesem Board hat, kann das also nicht versauen, sondern das bleibt jetzt immer so hier stehen. Okay. Ich muss jetzt den Lock nochmal wieder rausnehmen. Und zwar kann ich jetzt auch Copy und Paste machen. Und dann habe ich ein Duplikat. Das kommt gleich hier unten drunter. Und das soll aber natürlich eine andere Farbe haben, damit sich das voneinander unterscheidet. Ich muss jetzt also nochmal vielleicht einmal hier den Text ändern. Und kann dann, wenn ich hier auf diesen Hintergrund klicke, suche ich mir eine andere Farbe aus. Und dann hebt sich das Ganze auch schon voneinander ab. So, also hier gruppiert ist es noch. Ich schließe das Ganze ab. Und auch hier abschließen. Wunderbar. So, jetzt kann man das also nicht mehr verändern. So, das kann ich jetzt auch noch für weitere Zettelchen machen. Hier die noch platzieren. Und, ach ja, auch hier bei dem zweiten muss ich auch dran denken, zu sagen, bitte send to back. Dass ich also hier oben drauf hauern kann. Ja, und jetzt auch hier kann ich noch das Grid ausblenden, wenn mich das stört. Und dann gehe ich auf Share, Anyone can edit, Copy, Board, Link und fertig. Ich gehe jetzt mal hier auf den Kids-Blog. Da finde ich die Tools, QR-Storage. Und dann gebe ich hier einfach mal den Link zu meinem Board ein. Und dann habe ich hier einen QR-Code. Und diesen QR-Code kann ich mir runterladen. Und dann kann ich den Kindern das eben, oder den Schülern geben. Und die können dann direkt auf dieses Board zugreifen. Eine weitere Funktion möchte ich noch ergänzen. Und zwar kann man hier mit dem Formen-Tool auch noch, ja, zum Beispiel für solche Felder hier auch schöne Hintergründe erstellen. Ich ziehe mal hier so ein Rechteck mit abgerundeten Ecken auf. Dieses soll auch farbig werden. Ich nehme mal eine dezente Farbe. Ja, oder auch nicht. Nehmen wir diese. Dezente Farben gibt es hier nicht. Ich könnte das dann auch sogar transparent halten. Das Ganze soll einen Rahmen bekommen. Nehmen wir jetzt einfach mal schwarz und sage, mach mir mal eine etwas dickere Linie. Das könnte ich jetzt auch noch stricheln oder punkten. Ich lasse das mal so bei einer durchgezogenen Linie. Und jetzt sehe ich natürlich, dass das meine Bausteine verdeckt. Gehe ich einfach auch hier mit auf Cento Back. Dann habe ich das. Und ja, jetzt könnte ich auch dann noch hier wieder einen Text einfügen. Meine, oder ich nenne das mal Silbenpool. So, und den platziere ich hier mittig. Wunderbar. Okay, die beiden Sachen, die gruppiere ich. Wie vorhin auch. Schließe sie ab. Okay, und jetzt kann ich nur meine Bausteine bewegen. Nicht aber hier den Hintergrund. Okay, ich bin jetzt hier mit dem Hintergrund. Vielen Dank.